Wie trinkst denn dein Kaffeemäuschen? Ein oder zwei Zucker? Och nein, jetzt habe ich die Kekse vergessen. Zeit für eine schöne Kaffeepasta. Zurück an die Arbeit, weiter geht's. Leicht nussig und auch so leicht blütig. Oh mein Gott, das ist zu heiß. Ja, ich komme gerade zurück von meiner Selbstfindungsreise aus Berlin. Ja, und dieser eine Kaffee, also der war sowas Besonderes. Ja, kostet 8,50, aber es lohnt sich auch wirklich. Ich habe seit noch viertel Stunde keinen Kaffeepauss in meiner Nacht. Zeit wird's. Hier kommt noch mal. Bis zum nächsten Mal.